Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen am Mittwoch, dem 17. Januar 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 290 mit den folgenden Themen. Western Digital, Google, Tag Heuer, Samsung Galaxy X, Eventblast, Nachtmodus, Datenwiederherstellung, Forza Horizon 3, Toyota und das war's. In den Themen mit drin ist zum einen ein kleiner Nachtrag zu dem Backdoor, die es zu Beginn oder Ende der letzten Woche zu den MyCloud-Lösungen von Western Digital gab. Da gibt es jetzt den offiziell erhältlichen Fix in Form einer Firmware-Update, den ihr auf eure Geräte einspielen könnt. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, bei uns in den Shownotes ist ein Link mit drin, wo ihr die Produkte seht, die von dieser Backdoor betroffen wurden. Wenn ihr das habt, unbedingt das Firmware-Update einschmeissen, denn ja, ihr möchtet sicherlich keine fremden Menschen auf euren Daten haben. Dann ist die zweite Geschichte, die auch Anfang dieser Woche war, ist die Probleme bei Google Home und Chromecast. Die beiden machen ja aktuell WLAN-Probleme und da ist jetzt angekündigt worden, dass Google auch an der Lösung arbeitet und es da sicherlich eben neben den Herstellern von Modem etc. auch ein Firmware-Update der eigenen Geräte geben will. Praktisch gut. Wir hoffen alle für die Bedroffenen, dass das Ganze möglichst bald kommt. Ich habe vor ein oder zwei Tagen schon darüber gesprochen, von den neuen Smartwatches aus dem Hause Tagheuer und euch da sogar ein Modell unterschlagen. Ich habe nämlich über die Connected Modular 41 gesprochen. Ab 1100 Franken ist die, oder US-Dollar, Euro besser gesagt, ist die erhältlich. Da ist aber noch nicht Ende Fahnenstange, gibt Luft nach oben und zwar richtig viel Luft. Es gibt sie noch, die Connected Modular 45. Die hat ein bisschen so Glitzersteinchen drauf und noch ein paar andere Geschichten. Kostet dann auch 197.000 Euro. Nicht schlecht. Das dürfte die wohl teuerste Smartwatch der Welt sein. Ich bin mal gespannt, wie viele Modelle, dass sie von denen verkaufen. 10, 20 Stück, dann haben sie zumindest im Totalen die ganzen anderen Umsätze der Smartwatches getoppt von ihrer eigenen Firma. Zwei, drei, zwei. Seit Ende letzten Jahres gibt es ja schon hartnäckig die Gerüchte, dass Samsung in diesem Jahr das klappbare Smartphone vorstellen will. Bei Microsoft sagt man es ja auch. Jetzt gibt es einen Beitrag, wie das Ganze ausschauen soll, mit detaillierten Zeichnungen etc. Wer sich dafür interessiert, sollte sich den verlinkten Artikel mal etwas genauer anschauen. Ich bin mehr an einem zweiten Bericht in Richtung Samsung interessiert und das ist das, was der Ivan Blass rausgelassen hat. Er hat nämlich den Markteintritt, den Vorstellungstermin und auch detaillierte Renderbilder vom kommenden Galaxy S9 gezeigt. Das Teil schaut richtig schick aus und ich glaube, ich will so eines. Ich muss das unbedingt anschauen. An der MWC diesen Jahres soll es soweit sein und man sieht mehr davon. Oder eben, wenn es nach Blass geht, am 26. Februar. Genau, das Datum. Wir werden es sehen. Bei YouTube testet man aktuell den Dark-Modus. Nichts Neues für euch, wenn ihr auf dem Desktop unterwegs seid. Das gibt es ja schon länger. Jetzt endlich auch in der iOS-App kommt das. Ich bin generell nicht so der Fan von Dark-Modus. Egal, ob in Tweetbot oder in sonstigen Geschichten. Aber wenn ich Videos schaue und vor allem bei YouTube, wo da noch links und rechts Text und alles Mögliche ist, bin ich schon froh, oder wäre ich schon froh, hätte ich da einen Dark-Modus. Also wenn mir das zur Verfügung steht, werde ich das auf jeden Fall austesten und probieren. Denn am Abend im Bett YouTube schauen ist nicht so praktisch. Das blendet. Es gibt praktische Neuigkeiten von Microsoft zu OneDrive. Die führen nämlich die Datenwiederherstellung ein. Was früher den Business-Kunden vorgehalten war, kommt jetzt auch in das normale OneDrive. Und das ist eben quasi die Backups, die Microsoft für euch macht. Wer sich dafür interessiert und das hat bis 90 Tage kann man zurückgehen, mir gefällt das. Nicht, weil ich es brauche, sondern einfach das Gefühl zu haben, dass noch jemand anderes Backup macht, ist immer sehr, sehr beruhigend. Dann kommen wir auch schon zu der zweitletzten News heute. Ist Forza Horizon 3. Und ja, ich bring mal ein Gaming-Thema, weil es mich extrem betrifft. Mein absolutes Lieblingsspiel und der Grund, weshalb ich einen Xbox habe. Und für die Xbox One X gibt es jetzt einen Patch, in dem ihr nämlich Forza Horizon 3 in 4K bekommt. Ich freue mich schon, das Ganze einzuspielen. Schaut euch mal den Trailer an. Wenn ihr das Spiel noch nicht habt, eine Xbox besitzt oder auch keine besitzt, schaut es euch an. Ich mag es. Bei Toyota, und damit bleiben wir auch bei Autos, ist ja der zweitgrößte Autohersteller der Welt. Und die haben bis jetzt gefehlt auf der Karte der Carplay-fähigen Fahrzeuge. Und das ändert sich jetzt zumindest, und jetzt kommt das Traurigere, wieder mal zuerst für den US-Markt, kommt ein Full-Size-Limousin-Modell raus, ab 2019, das Carplay unterstützt. Also somit nice und praktisch, denn wer Carplay genützt hat, oder schon mal gebraucht hat, und möchte es nicht mehr missen, zumindest was ich bis jetzt mitbekommen habe. Dazu gehört unter anderem auch Lexus, also zur Toyota-Gruppe, und die wollen das Ganze auch anbieten. Schön. Gefällt mir. Das waren die News zum heutigen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer, gerne über die bekannten Quellen und auch bei uns über den Blog, und natürlich auch sehr gerne mit einem Kommentar in iTunes. In diesem Sinne, besten Dank, euch noch einen erfolgreichen Tag, und wir hören uns morgen wieder. Euer Pogipsi. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.